So, wieder zurück. Das wäre das scheiß Bett wieder nicht anklicken. Ja, das ist, weil das Bett überspawnt ist. So, und jetzt herzlich willkommen zum nächsten Part, arg. Ich werde langsam sauer. Bist du sauer? Ja, ich werde langsam sauer. Wieso? Weil ihr anstrengend seid. Keiner ist hier anstrengend. Jay, Spaß vorbei jetzt langsam. So, das kann jetzt sein. Oh, gut. Lass mal. Wo bist du denn jetzt hin? Hast du jetzt eine Ahnung, wo deine Leiche ist? Nee, ich sehe überhaupt nichts in dem Video. Ist alles schwarz. Ich weiß nicht, du hast doch Gras nicht, oder? Doch, ich habe Gras an jetzt. Ah, verdammt. Hast du es auch an? Ja, deswegen sehe ich meine Leiche wahrscheinlich nicht. Na dann. Muss ich alles nochmal neu machen jetzt. Häppsche? Jo. Komm mal her. Geht sofort los. Ich muss schnell meine eigene Leiche plündern. Jawohl. So. Zu wem denn? Big Q? Scani. Scani. Guck mal, hier hast du eine Mütze. War diese Wand, die du hattest, war das irgendwie so eine Thatchwall? Hier drinnen ist noch eine Hose. Was denn sonst? Wo ist das? Ja, das ist das ich. Oder hat sich nur einer... Die eine Foundation muss erstmal wieder dahin? Krallt. Ja, kann ich machen. Scheinbar hat sich nur einer gekrallt. Ich guck mal, dass ich hier noch mehr Lamont-Teile mache. Ich hab ein bisschen gemacht. Weiß ich genau, wie viele. Aber auf jeden Fall welche. Was hast du hier gemacht? Hier liegen Hosen und Schuhe. Äh, Kopf für Decken und Schuhe. Hat einer von euch noch was zu essen? Ja, ich hab noch drei Meats, also gekocht. Ja, das ist äh... Jetzt gerade ist mir egal was, weil ich verhunger gerade. Bin am Starten. Wieso ist das aus? Weil da kein Wood drin ist. Ich möchte nicht rein da... Äh, wo bist du denn? Hm, unserer kaputten... Das ist... Spark, hast du eine Spitzhacke oder so? Ich hab mir gerade selber eine gebaut. Achso. Du kannst dir die aber bauen, ne? Mit V. Jetzt ist es weg. Ach nee, da liegt's. Das war lag vor dir und ist dann despawned und dann hinter mir gelandet. Ganz komisch. Na egal, jetzt erstmal... Werd ich jetzt erstmal nicht verhungern, alles klar. Danke schön. Ja, ich... Ich... Ich glaub, da hat mal eine Foundation. Ähm... Ja, die eine Foundation, die hier fehlt und äh... Äh, was hat denn? Für den Rucksack. Achso. Ganz viel Kohle. Ah, der Mörser. Der Mörser kaputt gemacht. Oh, hier... Ja, groß ist nicht unbedingt äh... Gefährlich. Ihr müsst eure Leichen immer schön killen, also auseinanderschlagen, ne? Für Fleisch, ne? Warum? Weil du da Fleisch draus gewinnen kannst. So, wo ist meine Kacke Leiche, Mann? Das kann nicht sein. Ich mach mal die Leichen. Dann esse ich mich mal selbst. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hab jetzt... Also, ja, ja, ist richtig. Ist richtig, ja. Ja, ja. Die Wände von innen legen, ne? Weil sonst hast du die, äh... Außenseite innen. Das wär schlecht. So. Wird auf jeden Fall schon gut los hier, ja. Gott, der ist sich die ganze Zeit am Auskacken. Ich glaub das nicht. Aber wir haben nicht mal ein Beet, weißt du? Wofür willst du denn beten? Ein Beet. Genau, ich denk jetzt mal drüber, wie ich gesagt hab. So. Ich hab auch schon, äh, Pipes gelernt, damit wir hier, äh, was wir hier oben bald haben. Dann brauchen wir nicht immer runterrennen. Okay, zwei hab ich schon mal, dann noch mehr. Was brauch ich denn, der Fährt ist einfach mal. Hey, wir brauchen ein Thatch, oder wie man das ausspricht. Naja. Ne, das sind doch Sticks, wir haben mal der letzte Nacht rausgefunden. Ach ja, genau, genau, genau. Also, Thatch ist nichts anderes als ne Reihe von, äh, Sticks. Sticks. Ja. So geil, oder? Ja. Ja. Also, ich bin grad bei den Engrams, was wär denn sinnvoll hier jetzt als nächstes zu nehmen? Okay. Engrams? Brauchen wir irgendwas? Äh, das was du lernen kannst, haben wir wahrscheinlich alles schon. Okay. Ja, der soll halt was machen. Mach was für dich, auf jeden Fall klingt's. Ah, Standing Torch? Ja. Ja, die hab ich auch, die sind eigentlich, äh, echt gut. Maßen gut. Level 38 ist ein bisschen zu stark. Kommt drauf an, was für ein Vieh das ist. Weil die ist ganz langsame. Die Schildkröte? Ja, die ist einfach, weil die so langsam ist. Alter, du hast ne Schleuder. Sammel 50 Steine, schießt die auf die drauf. 50 Steine? Mehr oder weniger. Die, äh, Schildkröten sind so eigentlich so die schwächsten Gegner, hab ich das Gefühl. Bis, wenn man vom Dodos mal absieht. Denn Dodos haben dich von Anfang an lieb. Oh Gott, jetzt mit. Oh Gott, Alter. Was hab ich denn groß dabei? Achso. Schon wieder ein Leck. Ich glaub das nicht. Was ist denn hier los? Diese, äh... Ja? Melfiomier. Sind die stark? Äh, ich weiß nicht mal, was das ist. Einfach mal anhüten. Hab ich, hab ich. Und? Läuft? Ja, holt ab. Ja. Ähm... Ähm... Was? Okay. Nicht zur Ferse gucken. Scheiße, Scheiße. Jetzt hab ich mich verlaufen. Hm. So... Ich muss mal wieder Klamotten bauen. Oh, schon wieder Level Up. Cool. Es heißt, Vieh... Vieh war, äh, nicht stark oder so, aber... Äh, es ist bei euch auch irgendwie so dunkel? Hm. Ja. Komm, wo waren mein's real life? In... 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 Weil irgendwie ist es... Die Sonne ist draußen, aber es ist dunkel. Wie sonst was? Hm... Warte, ich guck mal. Äh... Ja, es ist wahrscheinlich Nebel, beziehungsweise irgendwie Vulkanausbruch oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Okay. Geh ich jetzt mal einfach von aus. Äh... Also es ist so... Weiß ich nicht so... Äh... Als ob's hier... Asche regnen würde oder so, ne? Meinst du so dunkel? Also bei mir ist das nicht. Naja, bei mir schon. Also ich hab hier so dunkle Nebel. Wie soll man das nennen? Krass. Es krisselt so leicht, ne? Kann jemand irgendwie, äh, Thatch formen oder... Also Sticks? Irgendwer? Hat jemand noch, äh, Sticks oder so? Weil das wäre jetzt echt hilfreich. Äh... Ich guck mal. Ich hab nur 6 Dinger. Das ist aber... Ich hab nur 13, das wird dir nicht viel bringen. Schnapp dir deine Pickaxe. Komm, wir ziehen los. Hm... Moment. Wo? Wo gehst du hin? Jagen? Äh... Nein. Der ist verbessert worden. Hm. Hat einer von euch noch einen Leder? In der Kiste hier ist doch Leder. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich hab Heid. Ich hab 73, tun Leid. Ich brauch nur einen. Ja, ich geh jetzt wieder in ner Kiste. Ja, ich geh jetzt wieder in ner Kiste. 17 Heid. Ich brauch ja eh nur für die, äh, Schleuder. Ich hab irgendwie das Geräusch, äh, das Gefühl, dass mich jemand die ganze Zeit in Origins entschreit. Kommst du da drauf? Ich hab immer dieses, äh, Chat-Zone. Mhm. Und jemand schreckt mich an. So... 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 Mensch, wusste die Schei... äh... Deine. Ach so, okay. Hab alles. So... Habe ich das jetzt, äh... Jetzt bin ich da, okay. Und wie weit bist du mit der Wand? Wie gesagt, ich brauch nur noch, äh... Ech... 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 Sticks noch nicht. Ich hab's alles. Warum bist du noch nicht losgezogen? Weil ich... in die Karrieren, wie viel nur zwei Stück. Mhm. Wir hätten doch mal so viel. Hier. Wie kriegt man denn jetzt das Fleisch hier auf die Feuer fertig? Also du legst, äh... Also du legst, äh... Ein Stück... Äh... Ich hab grad Bäume. Leg einfach in der Kiste. Nö, ich bau jetzt, äh... Wände, gerade. Nö, das ist auch gut. Und du legst, äh... das Wood ins, äh... ins Lagerfeuer? Ja. Achso, hast du doch schon, oder? Ja, aber wie krieg ich jetzt das Fleisch durch? Du legst das Fleisch da rein. Und wie lange muss das da bleiben? So lange, bis es fertig ist. Besser brennt die nicht, es vergammelt nur. Hm. So. Äh... Soweit ist die Wand wieder okay. Jetzt brauchen wir nur noch Dach. Es funktioniert tatsächlich. Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Kannst du Dächer bauen, Jay? Wie bitte? Kannst du Dächer bauen? Äh... Nicht gucken. Wir, äh... Dächer? Ja. Äh... Ne, kann ich leider nicht. Ja, dann komm mal zurück und gib mir gleich alles, was du an Fetch hast. Ich kann halt nur von Dächen und Wände bauen. Naja, ich hab... Die Wände hab ich fertig. Hm. Ja, gut. Kommen sofort. Was ist eigentlich mit Scan? Ich bin nur hier. Was soll sonst mit mir sein? Nimmst du ruhig. Richtig. Sonst glaubst du ja hier wirklich nen Scheiß. Ja. Ich lass euch mal... Oh, ich muss unbedingt trinken haben, ey. Ich lass euch mal... Oh, ich muss unbedingt trinken haben. Hahahaha. Hahahaha. So, jetzt kann ich mir auch meine Splitsche wieder bauen. Alles perfekt. Wenn ich trinken haben will, dann muss ich runtergehen zum Wasser, ne? Ja. Noch. Wenn ich und Spock sind, äh, Monture, Alter. Ich muss das nur noch leer, äh, nur noch leer und dann hätten wir das. Ja, ich kann Pipes bauen. Ich könnte schon hoch bauen. Boah, scheiße. Ich bin total überrasen, ey. Ja, aber wo willst du das lagern? Was? Das Wasser? Das läuft die ganze Zeit durch. Okay. Ach so, ja... Mit den Pipes läuft das die ganze Zeit durch. Bis... Das heißt, aber willst du das nicht irgendwie sammeln? Also, kann man das überhaupt sammeln, das Wasser? Du kannst, äh, davon trinken. Ja, aber ich mein das so wie bei Sephora, dass du einfach so, äh, was ausstellst und das Trinkwasser geht halt da rein. Das gibt's auch, aber das brauchst du nicht unbedingt. Du kannst nämlich direkt von dem Ding trinken. Okay. Ja, das ist natürlich geil. Du kannst auch deine, äh, Water Skins da reinlegen. Ja. Äh, und dann, äh, macht er deine Water Skins voll. Ja, das ist doch geil. Wieso machen wir das? Weil... Also... Ich, ich, ähm... Das Problem ist halt, ich kann momentan nur gerade Strecken bauen. Okay, das ist, äh, mehr als... So, und da wird das ziemlich schwer, das direkt hier hinzuführen. Ja. So, die Hütte ist wieder ganz. Ab jetzt, wenn uns ein Dinosaurier angreift, aus dem Haus gehen und nicht mal reingehen. Ja. Äh, du hast doch jetzt doch ganz viel Fetsch und so, ne? Ja, ich komm grad wieder. Ja, dann kannst du bitte die Wände und so reparieren. Ja. Halt alles, was, äh, dunkler ist als alles andere. Also alles dazu. Ja, fast alles, ja. So, und ich mach den jetzt platt. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Der soll sterben. Der hat alles kaputt gemacht, der Arsch hier. Das ist repariert. Hier oben. Ja. Ich glaub das wäre alles jetzt, was ich verbringen sollte. Weiß ich nicht, ist alles jetzt in einer Farbe, weil wenn es kaputt ist, ist es ein bisschen dunkler. Ja, da ganz oben ist noch etwas dunkles. Irgendwie so ein Dach. Ja. Das hätte ich dran. Wieso kommt es da nicht dran? Ach, für mich, ja, weil ich bin dross, dass ich noch hab. Drecksvieh. Alles, deine gottverdammte Schuld. Nur wegen dir muss ich schon wieder den ganzen Scheiß von Neue sammeln. So, dem hab ich es gegeben. Gut, alles repariert. Alles klar, das ist doch schön. Boah, Scum. War Fleischbesser, ne? Oder? Wie, nur so ein Flü-Flu-Ding. Hä, die greifen an? Ja. Ich hab den angegriffen. Für gewöhnlich fliegen die einfach weg, wenn du die angreifst. So ein kleiner war das. So ein Babyvieh? Ja. Die greifen an? Ich bin nicht getroffen. Ich hab den angegriffen. Ja, aber für gewöhnlich fliegen die halt immer weg, auch die großen halt, ne? Das wundert mich. Ich hab ihn nicht versucht zu killen. Ah, okay. Aber ist der so schnell hinterhergelaufen, oder was? Er ist... Dichs hab ich jetzt gehört. Ich hab ein paar Mal gut getroffen, ne? Ah, okay. Was ist mit dir, Jay? Ich hab jetzt ein bisschen Sticks zusammengelegt. Ich hab jetzt 115. Ich such noch mehr, aber ich steh ein bisschen mit. Na jo. Ey, wir haben 30 Met. Was? 30 Met haben wir? Du bist wieder abgebrochen, ne? Ja, mein Ping wieder. Da bin ich's grad hochgegangen. Ey, wir haben 30... Nein. War das nicht Pflanzenfresser Carbonemis? Das war so eine Schildkröte mit so einem Stachelpanzer. Achso. Achso, ja, das sind die Panzer, die sind die Dinosaurier. Ich hab mich wohl überschätzt. Aber ich weiß, wo meine Leiche liegt. Ha, ist gut. Kann man sich alles wiederholen? Ja klar, alles. Oh, da war halt... Klamotten sind wahrscheinlich kaputt. Ja, das ist schade, die. Hab ich erst gemacht, aber da braucht man ja nur Fieber. Muss nun mal das Brett funktionieren, ja. Gibt's ja irgendwie richtig... ...gut, dass wir so nahm Wasser sitzen. Ja. Relativ, ne? Ich hab grad die Reds jetzt springen runter, zack. War ich wieder full. Ja. Ah, größtenteils kannst du dich auch echt mit den Berries da, äh... ...feucht halten, sag ich jetzt mal. Äh... Aber, äh... Ich werd, äh... ...gleich wahrscheinlich eh einen Angriff nehmen, dass ich da... ...ähm... ...von da unten das Wasser dann zu uns hole. Das geht, ja? Ja, das geht. Aber wie kann man das denn? Na, ich kann das schon. Ja, aber wie konntest du denn das? Ich glaub Level 10. Was? Achso, ich bin Level 9, okay. Ich wollt schon sagen, warte, dann hab ich das nicht gelernt, trotz... Das ist kacke, dass mir immer Fetch fehlt, ey. Ja, ich... Ich will gerade. Ja, darum geht's doch nicht. Nur ein bisschen Geduld, ich hab schon 154. Fetch findste wie Sand am Meer, ganz ehrlich. Ja, aber stress, aber... ...mach diese Teile, also... ...paar hier sind faul dafür. Ich mach's auch nicht gerne, aber einfach... ...muss... ...ja gut. Nein, äh... Was... Naja, was heißt faul? Ne, jede Aktion bringt halt XP. Auch eben Patch holen. Oh, was ist jetzt los? Mein Game ist irgendwie... ...schwarz. Dein Bildschirm. Okay, Black Screen. Ja. Ähm... Hört ihr mich noch? Ja. Oh, krass. Ja, es wurde ein IP-Adresskonflikt ermittelt. Hä? Ich suche gerade erst mal wieder meine Leiche, weil ich jetzt irgendwo am Strand gespawst habe. Und wenn... ...dafür kriegt erst mal ein Dodo auf die Fresse hier. Boah, selbst die Dodos sind mir überlegen. Na, die Dodos greifen nicht an. Kannst die Dodos ganz einfach killen. Die machen nichts. Sind schon tot. Ja. Wie gesagt, das Level heißt nur, wie viel die aushalten. Wie viel Leben die haben. Ja. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass... ...die... ...das meiste haut dich eh um. Wenn du nicht aufpasst. Hab' man ja eben gesehen. Dann siehst du die ganze Zeit ans Garn. Ich jacke die ganze Zeit. Und stirbst ganze Zeit. Ja, bist denn auch schon Level Max jetzt? Level Max? Nee. Nicht? Wie finde ich denn jetzt die Hütte wieder, damit ich auch meine Leiche wieder finde? Wissen wir nicht. Ich weiß, wir wissen... Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, warum ihr hier nicht einfach... Warum nicht einfach in der Hütte spawns? Weil das ja nicht geht. Okay. Da wirst du ein 1 spawnen? Glaub ich zumindest was da. Ich bin in West 1 gespawnt, ja. Das ist am Strand? Ich kann euch sagen, warum das nicht funktioniert. Bist du am Strand? Jetzt nicht mehr, aber ich kann wieder an den Strand gehen. Ja, dann geh mal ran. Ich bin am Strand gerade. Na, wie gesagt, das Bett war kaputt, deswegen konnten wir wahrscheinlich nicht spawnen. Aha. Ist das jetzt wieder ganz? Ich hab's jetzt repariert, ja. Ich werde mir, glaube ich, zur Sicherheit trotzdem dann meinen Schlafsack bauen. Ja klar, aber der funktioniert halt nur einmal, ne? Danach musst du ihn immer wieder bauen. Black Lady ist dann... Ach so. Dann kann ich mir auch gleich ein Bett bauen. Wer ist ein Black Lady? Black Lady? Ja. Wer soll das sein? Keine Ahnung. Der Stand da gerade. Ich seh da jemand am Strand holz hacken. Äh, Snagg, die Frau. Warte, du, da am Strand holz hacken. Was? Mein Bruder hat gesagt, der zahlt mit, ne? Ja. Äh. Epsil, wo bist du? Hinter dir. Dreh dich mal um. Nichts nicht. Ach so, das ist Garn. Wo hier, wo ich bin, muss deine Leiche auch sein. Na, ich weh's den Weg von der Hütte aus. Das ist nicht umweil davon. Die Hütte ist links von mir. Da oben ist die Hütte. Ah, dann ist hier auch irgendwo meine Leiche. So. Ähm, na so, wo bist du? Da bist du. Was brauch ich denn noch? Leder. Haben wir doch bestimmt hier irgendwo in der Kiste, oder? Gibt's hier eigentlich ne Playerliste? Weiß ich nicht. Drück mal P. Ne, drück mal Tap. Du hast ja letzt mal gesagt mit Tap. Ja, da zeigt er uns jetzt nicht mehr an. Im Singleplayer hat er das angezeigt. Doch, die Konsole. Ja, aber da zeigt er... Im Singleplayer zeigt er die andere Spiele an. Da hat er die anderen Spiele angezeigt. Bei Tap. Im Singleplayer. Im Singleplayer. Der erste für mich? Nein, nicht im Singleplayer. Als ich gehostet habe, meine ich. So, ja. Dann hast du das erste für mich? Ich hab ganz viel Fleisch gerade geholt. Ja, dann mach das mal. Ich bin starving. 20 Fleisch sind jetzt im Dings drin. Muss nur ein bisschen Holz. Da hat man 43 Holz reingetan. Wow, wie viel hab ich Statsch? 1, 2, 3. 4, 4, 4, 4, 4. So Sachen wie Narco-Burries bitte jetzt wieder in den Mörser, ne? So, meine Leiche hab ich. Habt ihr gehört? So. Narco-Burries und Stim-Burries in den Mörser bitte stecken. Damit macht's dann Medizin oder was? Kann ich jetzt machen, ja. Geile Sache. Ich hab den Mörser ja wieder gebaut. Ja, selbst meine Klamotten sind noch heile. Ich staune ja. Das ist doch klasse. Ich hab den Mörser ja noch heilt. Wozu brauchen wir denn das Metall eigentlich? Später. Du kannst später Metal Pickaxe machen, dann kriegst du mehr und besseres Zeug aus den Sachen. Das packe ich dann mal in irgendeine Kiste. Jo. So. Und Feuer. Also ich hab 400... Tu mal neu Connecten. Ich... Wir haben 456 Sticks. Naja. Versuch noch mehr, aber ich muss was los sein. Ich hab 500, was ich korrigiere. Meinst du Sticks? Meinst du damit Wood? Nein. Fetch. Ich kann's halt nicht aussprechen. Fetch ist einfach nur ne Reihe von Sticks. Deswegen nennt das Sticks. Genau. Ah, super. Das ist jetzt geil. Los. Ich hab nen Dino hinter mir. Ich hab grad nen Dino angegriffen, aber meine Steuer ist kaputt gegangen und ich hab mal wieder kein Leder, um es zu reparieren. Warum nimmst du den nicht mit? Du hast gestern gesagt, immer was auf der Tasche haben, Alter. Jaja, ich weiß. Aber da ich ja gestorben bin, hab ich nix mehr für gewöhnlich, hab ich ja immer was in der Tasche. Da ich das ganze Leder, das ich eben hatte, wieder zurück in die Tour getan hab. Ne? Ich kann ja nicht einfach das Leder klauen, ne? Geht ja nicht. Wie krieg ich denn jetzt Munition für die Steinschleuder, Hermann? Das ist ein Stein, eine Steinschleuder. Okay. Das komische ist, ich hab Steine, aber da steht 0 von 53. Ja, dann sind wir doch mal aus der Tasche. Schießen. Und dann, sobald du die aus der Tasche genommen hast, hat er einmal nachgeladen, ne? Weil das ist die, äh, momentane, äh, ja, Magazinanzahl sei jetzt einfach mal. Krasse Sache, okay. Mhm. Jetzt klappt's. Und damit kann ich auch Dinos angreifen, ne? Ja. Ist das effektiv? Ja, du musst nur ziemlich lange auf die draufschießen, also du musst schon jede Menge Steine sammeln. Okay. Ja, du levelst ganz gut ab, ne? Muss ich sagen. Ja, ich? Ja, natürlich, du, ich rede mit dir. Dafür, dass ich so oft sterbe. Du bist jetzt schon Level 9, ne? Ja, jetzt muss ich mich sowieso weiterleveln, damit ich weiter... Level 9, Alter. Ich bin grad mal Level 9. Ich bin grad mal 8 und hau die ganze Zeit Tiere tot. Wie geht das denn? Alter. Wie krieg ich jetzt mein Gewicht da irgendwie in die Reihe? Äh, wie jetzt? Das Gewicht? Das ist voll und jetzt kann ich nicht mal so gut laufen achten. Ja, das ist aber raus. Ich hab's was weggemacht. Genau. Okay. Jetzt ist meine Schleuder wieder ganz. Ich hab wieder was auf Tasche. Jetzt kann ich wieder was töten gehen. So, komm her. Oh shit. Ah, ich hab's was hier. Level, Level, Level. Yeah! Wie heißen diese Leitung, also diese Pipes? Ich steh dran. Machen Pipes? Oh, oh, was ist jetzt? Wört ihr mich noch? Ja. Okay, 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 alles gut, war nur ein kurzer Leck. Ich würde nicht, sag mal was. Ach, weil ich Level Up bin, hat er sich kurz aufgehangen, na das ist ja auch. Man hängt sich auch grad auf. Kommt jetzt alle Level Up, oder was? Ich bin jetzt Level... Zehn. Hä? Hm? Ich? Du warst grad Level 9, dann müsstest du ja jetzt Level 10 sein, oder? Ja, dass ich nicht Level 6 wurde, das steht bei mir bei Character Stats, steht Level 6. Achso, dann hab ich grad jemand anders gesehen, der an der Hütte war. Ja, ich bin Level 6. Ich war Level 9. Jetzt bin ich 10. Ja, dann herz'n Glückwunsch, du bist jetzt 10. Such halt nur... Ey, ich könnte Cookie Pot machen. Soll ich das machen lernen? Kannst du ruhig machen. Was kann man denn am schnellsten skillen? Das sag ich dir nicht, dann machst du's nämlich und dann ist's langweilig. Ah, du bist doof, ey. Also ich weiß das, aber ich mach's nicht. Dann mach's einfach, lernen Notes und dann machst du die ganze Zeit Notes. Was, damit kriegt man EP? Ja, du kriegst pro Not kriegst da 1 XP. So, und da die nichts kosten, so gut wie, ja, machst du die ganze Zeit Notes. So, aber dann wird's langweilig, ganz ehrlich. Nee, da geh ich lieber Holz sammeln und so'n Scheiß, da kriegt man auch EP und hat noch was davon. Wie heißen die Dinger? Note. Achso, die Zettel. Ja. So, das Lahn wird jetzt nichts anderes mehr machen, die nächsten 3 Tage. Nee. Ja, ich weiß nicht, das ist für mich persönlich kein vernünftiges Spielen. Ist es doch nicht. Ich hab, äh, ich will ja wissen, wie man, äh, was zum Beispiel effektiver ist, jagen, oder? Also, Notes herstellen ist momentan das Beste. Weil du einfach mal eben so ein XP kriegst, für nix. Ansonsten, jagen. Jagen, jagen, jagen. Und wo wir grad bei jagen sind, Leute, äh, der Part geht schon wieder viel zu lange. Ja, ich wünsch euch einen schönen Abend, Freunde. Wir sehen uns bei dem nächsten Part. Ciao. Ciao. Ciao.